Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute meinen Lesemonat November für euch. Ich habe neun Bücher gelesen, das entspricht einer Seitenanzahl von 1790 Seiten, durchschnittlich also 59 Seiten pro Tag. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits habe ich natürlich ein paar tolle Bücher gelesen, andererseits komme ich aber nicht so sehr zum Lesen, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe zwar neun Bücher gelesen, davon waren aber ziemlich viele auch Kinderbücher, beziehungsweise Bilderbücher, also mit wenig Text. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich habe noch ein paar Rezensionsexemplare da. Darüber möchte ich mich natürlich absolut nicht beschweren, aber ich möchte die natürlich gerne dieses Jahr halt noch lesen. Und ich weiß nicht so ganz genau, ob ich das noch schaffe. Ihr werdet es sehen. Wir fangen an mit den Büchern. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, war auch direkt ein Rezensionsexemplar. Und zwar von Christina Henry, die Legende von Sleepy Hollow im Bann des kopflosen Reiters. Dieses Buch hat genau 400 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Ich habe bisher alle Bücher der Autorin gelesen. Das sind ja immer düstere Märchenadaptionen. Und ich muss zugeben, dass ich Sleepy Hollow überhaupt nicht kenne. Also ich weiß natürlich, dass es diese Legende gibt. Ich weiß auch, dass es den Film mit Johnny Depp gibt, aber gesehen habe ich den noch nicht und auch die Legende kannte ich nicht im Detail. Dementsprechend bin ich eigentlich völlig unvoreingenommen an dieses Buch angegangen und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Vor 30 Jahren versetzte der sogenannte kopflose Reiter das Dorf Sleepy Hollow in Angst und Schrecken. Als dann jetzt plötzlich die Leiche eines Jungen gefunden wird, ist die Aufregung groß, denn ihm wurden sowohl der Kopf als auch die Hände abgetrennt. Und das ist genau die Vorgehensweise, die der kopflose Reiter halt damals auch an den Tag gelegt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er wieder zurück? Der 14-jährige Ben hat da so seine Zweifel, beziehungsweise er glaubt halt, dass sich hinter der Geschichte, die sich die Dorfbewohner erzählen, etwas ganz anderes versteckt. Außerdem glaubt er auch, dass sein Großvater Brom halt mehr über diese ganze Sache weiß, als er zugibt. Ben wurde als Mädchen geboren, fühlt sich aber als Junge und das ist auch ein zentrales Thema des Buches. Denn in dem abergläubischen amerikanischen Dorf, in dem er eben lebt, ist das ein bisschen schwierig, weil die Dorfbewohner das halt so nicht akzeptieren, ihn für komisch halten oder ihm das halt nicht zugestehen, dass er sich eben anders identifiziert, als er geboren wurde. Und nur sein Großvater Brom akzeptiert ihn so, wie er ist. Dementsprechend ist das auch seine einzige Bezugsperson und er lächzt nach seiner Anerkennung. Er möchte einmal so werden wie er, mutig, unerschrocken. Und außerdem würde ihm halt auch nie jemand irgendwie widersprechen oder ihn kritisieren oder so. Und das findet er ganz toll und er möchte unbedingt so werden wie er. Er fühlt sich sehr oft unverstanden, nicht nur von den Dorfbewohnern, auch von seiner Großmutter zum Beispiel. Und dementsprechend ist dieses Thema Identifikation, Zugehörigkeitsgefühl, Toleranz, Akzeptanz eben großgeschrieben. Im Buch fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Reiter halt nicht präsenter aufgetreten ist. Also es ist immer eher so eine Art Hintergrund rauschen. Man weiß, dass er dort irgendwo ist. Es ist eine Art Bedrohung, aber für Ben halt eben irgendwie auch nicht. Denn er fühlt sich irgendwie zu diesem Reiter hingezogen und zu dessen Präsenz. Ich fand auf jeden Fall die Charaktere ziemlich spannend. Ben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch die Großeltern sind interessante Persönlichkeiten. Sie schweigen sich halt über die Ereignisse vor 30 Jahren aus. Und ich finde das halt interessant, so nach und nach herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist, was hinter den ganzen Storys steckt. Und die Atmosphäre ist natürlich eher düster, bedrohlich. Das Ganze spielt halt in einem abgelegenen Dorf, umgeben von dunklen Wäldern. Um diese Wälder ranken sich halt allerlei haarsträubende Legenden, gerade auch um den Reiter und so weiter. Dementsprechend fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, Vergleiche zu der Legende tatsächlich oder dem Buch kann ich absolut nicht ziehen. Keine Ahnung. Mir hat es aber auf jeden Fall gefallen. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar gelesen, allerdings als E-Book. Deshalb werde ich euch das Cover hier einblenden. Und zwar Killing the Beast von Eveline Aschwanden. Das hat 324 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Es handelt sich dabei um eine Neuerzählung meines Lieblingsmärchens. Und zwar Die Schöne und das Biest. Deswegen war ich schon direkt von vornherein erstmal Feuer und Flamme. Und in diesem Buch geht es eben um Jade Labelle, die jetzt 16 Jahre lang darauf gewartet hat, beziehungsweise daraufhin trainiert hat, endlich in die Gilde der Monsterjägerinnen aufgenommen zu werden. Und als sie eben den Auftrag erhält, das sagenumwogene Monster auf dem Bobprinz-Anwesen zu töten, wähnt sie sich sozusagen am Ziel ihrer Träume. Genau auf diesen Tag hat sie sich eben vorbereitet und sie ist überzeugt, das wird ein Spaziergang so ungefähr. Allerdings kommt sie dann dort an und sie trifft nicht auf ein Monster, sondern auf eine verängstigte und auch irgendwie traumatisierte junge Frau und zwar auf Louise. Allerdings liegt auf dem Anwesen ein Fluch, der nicht nur Louise an dieses Anwesen fesselt, sondern jetzt eben auch Jade. Natürlich versuchen sie jetzt zusammen einen Ausweg zu finden, obwohl Louise halt schon ziemlich lange dort eben gefangen ist. Blüht jetzt eben neue Hoffnung auf und sie versuchen jetzt eben einen Fluchtweg zu finden, diesen Fluch loszuwerden. Und dabei blühen halt unerwartet Gefühle zwischen den beiden auf. Diese Geschichte kommt tatsächlich mit sehr wenig Charakteren aus. Wir haben hier eben Jade und Louise, aus deren Perspektiven das auch abwechselnd geschrieben ist. Außerdem gibt es noch so den ein oder anderen Charakter aus dieser Gilde, aber das war es im Prinzip auch schon. Und die Gilde spielt dann auch eher eine untergeordnetere Rolle. Wir haben eigentlich hauptsächlich den Fokus halt auf den beiden. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil sie dadurch eben noch weiter ausgearbeitet wurden, sehr vielschichtig sind. Das Ganze ist eben auch sehr, sehr emotional. Wir haben einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der beiden und das ist wirklich sehr, sehr gut rübergekommen. Natürlich sind die beiden sehr verschieden. Also Jade ist eine im Kampf erprobte Monsterjägerin, die sehr bedacht handelt, die normalerweise ihre Gefühle unter Kontrolle hat. Und Louise auf der anderen Seite ist halt schon seit Jahren alleine auf diesem Anwesen gefangen. Sie ist körperlich eher schwächlich und wandelt im Prinzip wie ein Geist durch dieses Anwesen. Sie hat mittlerweile ihr Schicksal im Prinzip resignierend angenommen, weil ihr einfach auch keine andere Wahl geblieben ist. Dennoch haben sie eben eines gemeinsam, dass sie eben sich den allgemeinen Konventionen widersetzen und dass sie eben das Bild, was die Menschen damals von Frauen hatten, eben nicht akzeptieren möchten, dass sie ihren eigenen Weg gehen möchten, dass sie ihr Leben leben möchten, wie sie es eben möchten und nicht wie die Familie oder eben die Gesellschaft es ihnen diktiert. Neben der Liebesgeschichte werden natürlich auch sehr, sehr ernste Themen aufgegriffen. Schmerz, Verlust, Trauer, Isolation, Selbstliebe, Selbsthass, Depressionen und auch suizidale Gedanken. Und das ist natürlich keine leichte Kost, wie man sich vorstellen kann. Dementsprechend wird es sehr emotional, sehr herzzerreißend und es hat mich auf jeden Fall von der ersten Seite an mitgenommen. Was ich eben auch gut finde, ist, dass die Liebe jetzt nicht als Allheilmittel dargestellt wird, also dass dadurch halt alles wieder in Ordnung kommen kann, sondern dass man einfach auch zusammen stark sein kann, füreinander da ist und dadurch halt bestimmte Dinge einfach vielleicht einfacher werden. Dementsprechend fand ich das auch hier sehr gut umgesetzt. Ihr merkt schon, mich konnte das Buch auf jeden Fall überzeugen. Auch das nächste Buch war ein Rezensionsexemplar und zwar von Liza Grimm, Hinter den Spiegeln so kalt. Dieses Buch hat vier Sterne von mir bekommen und hat 352 Seiten gehabt. In diesem Buch geht es um Finja, die im Prinzip alles verloren hat. Also sie hat ihren Mann verloren und jetzt ist auch noch ihre Tochter Hannah spurlos verschwunden und sie selber glaubt auch langsam, den Verstand zu verlieren, weil sie halt eben Dinge sieht, die ganz offensichtlich nicht existieren können, wie zum Beispiel Eisblumen auf Spiegeln oder eben auch rote Augen in der Dunkelheit. Aus purer Verzweiflung und weil ihr auch sonst einfach keiner glauben möchte, sucht sie eine angebliche Hexe auf und stößt dabei auf längst vergessene Erinnerungen. Die Wahrheit kann Finja tatsächlich nur hinter den Spiegeln finden, im sogenannten Reich der Schneekönigin. Doch die Frage ist, will sie die Wahrheit eigentlich überhaupt wissen? Es handelt sich hier offensichtlich auch wieder um die Neuerzählung des Märchens, die Schneekönigin und das Ganze auf ziemlich düstere, bisschen gruselige und mysteriöse Art und Weise. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Finja, die eben verzweifelt ist. Der Verlust ihrer Tochter hat ihr jetzt den Rest gegeben, nachdem sie schon vorher einige Schicksalsschläge erleben musste. Und sie ist verzweifelt, weil ihr keiner glauben möchte. Sie selbst ist eben der Meinung, ihre Tochter lebt auf jeden Fall noch. Selbst ihre beste Freundin glaubt ihr nicht. Auch ihre Eltern nicht. Und dementsprechend sucht sie halt fremde Hilfe. Und sie hat außerdem auch mit Panikattacken zu kämpfen, was natürlich absolut verständlich ist. Und das Ganze wird auf jeden Fall natürlich sehr emotional. Man fühlt das Ganze auf jeden Fall total. Und es war wirklich teilweise sehr schmerzhaft und herzzerreißend. Neben diesen Themen, die ich jetzt schon genannt habe, behandelt das Buch auch noch andere ernste Themen, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Wenn man darüber mehr wissen möchte, sollte man sich auf jeden Fall die Triggerwarnung durchlesen. Das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, würde ich sagen. Also ich habe damit absolut nicht gerechnet, weil ich mir meistens Triggerwarnung nicht durchlese, weil ich sie eigentlich nicht für mich persönlich brauche. Dementsprechend hat es mich kalt erwischt. Und dementsprechend fand ich das Buch halt ziemlich krass teilweise. Das Buch spielt in verschiedenen Zeitebenen. Wir erfahren halt eben, was vor Hannas Verschwinden passiert ist, danach und was jetzt in der Gegenwart natürlich passiert. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr einnehmend. Auch Laisas Schreibstil ist wirklich sehr, sehr besonders und zieht direkt in den Bann. Die nächsten Bücher sind Kinderbücher bzw. Bilderbücher. Habe ich ja am Anfang schon angekündigt. Und ich habe begonnen mit Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt von Marleen Neumann. Das hat 52 Seiten, hat 5 Sterne von mir bekommen und es ist wirklich wunderschön atmosphärisch illustriert. Ihr seht ja schon hier das Cover. Und ich zeige euch mal hinten die Rückseite. So setzt sich das Ganze halt im Buch fort. Also auf mich haben Wälder halt sowieso immer so eine mysteriöse und geheimnisvolle, beruhigende Wirkung. In bestimmten Lichtverhältnissen wirkt alles immer einfach so total schön magisch. Und man kann sich immer schön vorstellen, dass in diesen Wäldern halt auch noch andere Wesen leben. Und diese Wesen aus aller Welt und die Legenden, die sich um sie ranken, die werden halt in diesem Buch vorgestellt. Wie zum Beispiel winzige Pilzbewohner, Waldgottheiten. Und das ist echt sehr interessant und eben sehr, sehr schön. Hat mir gefallen. Wie gesagt, das nächste Buch auch ein Kinderbuch von Lucinda Riley und ihrem Sohn Harry Whittaker. Deine Schutzengel, hab keine Angst, wenn es dunkel ist. Mit Bildern von Marie folgt. Das Ganze hat 64 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Und es ist wirklich auch sehr süß aufgemacht. Mit schönen Illustrationen und sehr, sehr kindgerecht gestaltet und eben auch geschrieben. In diesem Buch geht es um Ben, der mit seiner Familie zusammen aus der Stadt aufs Land zieht. Sie beziehen dort eine ausgebaute Scheune. Das Ganze ist eigentlich sehr, sehr schön, doch für ihn fühlt es sich eben nicht nach zu Hause an. Vor allen Dingen eben auch, als er im Dunkeln und vorm Einschlafen plötzlich etwas sieht, das ihm eben Angst macht. Wie gesagt, das ist eine sehr einfühlsame und kindgerechte Geschichte über Neuanfänge und Veränderungen, über Ängste und Albträume, die diese eben mit sich bringen können. An der Stelle finde ich ein bisschen schade, dass die Eltern seine Ängste halt irgendwie anfangs überhaupt nicht ernst nehmen, das so ein bisschen belächeln und ihm das irgendwie so ein bisschen ausreden wollen. Das finde ich gar nicht so cool, ehrlich gesagt. Einzig Schutzengel Taluna hört eben seine Hilferufe und schickt eben, ja, Unterstützung. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr schön. Es macht auf jeden Fall Hoffnung und Mut und ist dementsprechend halt nicht nur für Kinder lehrreich, sondern eben auch für Eltern, also in Bezug darauf, wie man sich nicht verhalten sollte. Mir ist auf jeden Fall gut gefallen. Auch das nächste Buch ist ein Bilderbuch und zwar Der Moment bevor von Ela Wildberger und Linda Wolfsgruber. Dieses Buch hat 26 Seiten, hat vier Sterne von mir bekommen. Und in diesem Buch begleiten uns zarte Illustrationen durch den Tag, also vom ersten Sonnenstrahl über Vogelgezwitscher bis zu dem Moment, wo wir halt eben im Bett liegen und das Licht ausmachen. Dabei gibt es halt eben immer wieder kleine Impulse zum Nachdenken und zur Achtsamkeit bezüglich unserer Umwelt oder dem Miteinander. Und es zeigt halt eben, dass eben jeder Moment bedeutsam ist, egal wie klein er auch erscheint. Und dass manchmal halt eben die kleinen Momente eben die bedeutsamsten oder wichtigsten sind. Und das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Das nächste Buch ist wieder ein Rezensionsexemplar und zwar Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Das hat 112 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Dieses Jahr feiert Der Räuber Hotzenplotz 60 Jahre, Jubiläum oder Geburtstag, wie auch immer. Und am 8. Dezember ist auch der gleichnamige Film in die deutschen Kinos gekommen. Auf meinem Kanal gab es dazu auch ein Gewinnspiel und eine kleine Rezension. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. In dem Buch geht es halt eben um den Räuber Hotzenplotz, der die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen hat. Und Kasperl und Seppel sind beste Freunde und sie beschließen halt eben, diese Kaffeemühle zurückzuholen und dem Räuber Hotzenplotz halt eben eine Falle zu stellen. Natürlich kommt alles ganz anders als geplant. Und so finden sie sich in den Fängen des Räubers und außerdem auch in den Fängen des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelzahn wieder. Und ob sie denen entkommen können und wie, muss man natürlich entweder selber lesen oder im Kino anschauen. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Kinofilm auch ein großer Spaß für die ganze Familie sein wird. Und mehr dazu eben in meinem separaten Video. Auch das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar und ein weiteres Highlight. Und zwar ist es nämlich von Tom Fletcher Der Weihnachtur Saurus und die Böse Liste illustriert von Shane Devereux. Das hat 432 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Also mich haben auch die beiden ersten Teile in den letzten Jahren zu Weihnachten regelmäßig begeistert. Und auch hier war ich wieder direkt hin und weg, weil es einfach eine super süße, unterhaltsame, kurzweilige Geschichte ist. Und die Illustrationen sind halt auch einfach so zauberhaft und knuffig und es ist einfach, ja, herzerwärmend. Nachdem William Trudel schon zweimal das Weihnachtsfest gerettet hat, ist es für den Weihnachtsmann nahezu unvorstellbar, warum dieser plötzlich auf der Liste der bösen beziehungsweise unartigen Kinder gelandet ist. Und auch der Weihnachtur Saurus kann nicht glauben, dass das passiert ist und möchte der ganzen Sache auf den Grund gehen, macht sich eben auf den Weg zu William, um herauszufinden, was da wohl passiert sein könnte. Auf dem Weg zu seinem besten Freund trifft er noch auf andere Kinder, die sich einen Platz auf dieser Liste verdient haben. Und so haben wir hier im Prinzip viele kleine Geschichten, die man theoretisch auch unabhängig voneinander lesen könnte, aber natürlich macht das Gesamtbild halt den Zauber aus. Jedenfalls werden dort wichtige Themen und wichtige Botschaften vermittelt. Also es geht zum Beispiel um Mobbing, ums Teilen, um Empathie und Zusammenhalt, um Ehrlichkeit. Und so ist das Buch halt eben nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Auf eine kindgerechte Art und Weise, es hat mich, wie gesagt, wieder verzaubert. Besonders erwähnenswert sind eben auch die Illustrationen. Ich finde auch witzig, dass die Wichtel, die dort auftauchen und die den Weihnachtsmann natürlich bei seiner Arbeit unterstützen, ausschließlich in Reimen singend kommunizieren. Fand ich in den ersten Teilen schon ulkig. Finde ich auch jetzt cool. Mich können Autor und Illustrator auf jeden Fall immer wieder überzeugen. Eine absolute Empfehlung überhaupt und im Speziellen natürlich zu Weihnachten. Und das letzte Buch im Monat November war dann Lilo und ihre zauberhafte Welt. Wie groß ist eigentlich die Sonne von Eva Maria Hofer? Das hat 28 Seiten, hat vier Sterne von mir bekommen. Lilo möchte halt eben gerne wissen, wie groß eigentlich die Sonne ist, wie der Titel schon sagt. Um mir das zu zeigen und zu erklären, bastelt ihre Mutter mit ihr zusammen ein Modell des Sonnensystems und macht auch im übertragenen Sinne einen Spaziergang durch eben dieses. Ich finde, das ist eine sehr, sehr kreative und eben auch spielerische Idee und Umsetzung der Autorin. Das Ganze ist auch sehr, sehr kindgerecht und leicht verständlich gemacht, denn dadurch veranschaulicht sie die Größenrelationen der Planeten zueinander und auch ihre Entfernungen zueinander eben sehr, sehr gut. Dieses Buch macht auf jeden Fall Lust zum Nachbasteln und dafür gibt es dann am Ende des Buches auch eine Anleitung zum Nachbauen und eine Übersichtstabelle der Entfernungen zum Nachlaufen. Finde ich sehr, sehr cool umgesetzt und das hat mich auf jeden Fall auch unterhalten. Zusätzlich aufgewertet wird dieses Buch auch noch durch wunderschöne und pastellfarbene Aquarellzeichnungen, die das Ganze eben nochmal besonderer machen. Ja, das war mein Lesemonat November. Kennt ihr denn eins oder mehrere der Bücher schon? Dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Was habt ihr denn so gelesen? Hattet ihr Highlights? Hattet ihr Flops? All das interessiert mich natürlich wie immer sehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.